So, heute teste ich einfach mal, den Stream mit aufzunehmen, wie viel Speicher das frisst und ob mein PC das mitmacht oder ob wir da Probleme bekommen. So, der heutige Plan ist, neue Häuser zu bauen und ich habe ein, zwei Quests, die ich mir angucken will. Ähm, und zwar die ganzen Handwerkssachen für die Leute zu holen und jo, also, oh, was war denn da neu? Tage, Werkstellen, ah, ok, dann sehe ich, was hier alles unterwegs ist, ok, Werkbank, ach, Knochenblock, ok, Saatbeet. Nice. Kann ich Setzlinge bauen, Kräuter, Materialien, Pilze. Egal. Knochenmehl kann ich da. Knochenmehl. Nice. Schutthake. Den Schleifstein sollten wir auf jeden Fall herstellen. Knochenmehl. So. Ich glaube, den hier reißen wir als erstes ab und gehen wir hier hin. Ok. Oh Gott, ich habe keinen freien Trunk. Ja. So. Ops. 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 Den Eis packe ich mal weg. So. Dann können wir mal was futtern. Und mal eben gucken wie viel Speicher. Ops. Ops. Wie viel Speicher die Aufnahme schon zieht. Ich habe keine Ahnung was meine Aufnahmeeinstellungen sind. So. Will ich mal eben da reingucken. Ausgabeaufnahme. Okay. Gucken wir einfach mal so. Wollen wir einmal hier hin. Und dann die Quest da oben machen. So. Ah. Wir wollten die Flamme tilgen. Müssen wir eben warten bis die weg ist. Brauch. Steine. U. Infind. Schnellen wir mal drin. Wir haben noch mal drin. Oh. Wir haben noch mal drin. Okay, der Tempel ist weg. Okay, dann können wir in die Richtung. Ich habe gestern die ganzen Probleme mit dem Stream gehabt, dass die... Wie heißt das, die Frames runtergehen und, und, und. Das war ein blödes Plug-in, was alles gekillt hat. Also ich verbrauche gerade weniger Ressourcen vom Stream beim Aufnehmen und gleichzeitig den Stream, als... Naja. Kannst du auch keinen erzählen. So, wir wollten nach links, okay. Ey, nein. Komm, wir hoch. Und jump. Das ist so nice. Okay. Okay. Ganz entspannt, würde ich sagen. Tor. Oh, ich höre Pfeile. Okay. 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 Mein Verstand ist scharf, wie eh und je. Das Klopfen weist den Weg, welches schönes Pochen. Es rüttelt an meinem Knochen, aber mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Meine schüchternden Kameraden lüstet es nach, nicht nach, blöööö, lüstet es nicht nach Reichtum. So scheint es jedenfalls, denn sie sind abgereist, während ich schlief. Wir waren gerade in den Tunneln eingedrungen, an dessen tiefen Ende dieser wunderbare, Ende dieses wunderbare Brummen erklingt. Wie dem auch sei. Mehr für Bertram, sage ich. Vorwärts, ho, Bertram. So, ist das jetzt die... Nee. Zum Tagebuch. Ah. Okay, das sind... Quest-Seiten. Oh ja. Oh, das Brutnest. Okay. Kriegen wir hier den Kopf der Brutnmutter? Den brauchten wir für... Ah, was war das? Die Verbesserung der Flammen. Oder der Flamme. Nice, aber... Beil, Stufe 3. Okay, brauchen wir nicht. Wir haben aktuell... Heulende Klinge, Stufe 8. Ich habe die komplett abgegradet. Kann man nicht meckern, aber die können wir mal eben zerlegen. Kriegen wir hier Rungen, mit denen wir Waffen upgraden können. Äh. Okay, hier kriegen wir noch Salz. Aber das war's jetzt? Jo, anscheinend war's das. Oder? Brutnest. Okay, ja, das war's. Können wir jetzt hier hin? Das ist auch Salz. Nice. Hallo, sehr. Rostiges Kurzschwert, okay. Neulich, idiotisch. Ich müsste jetzt mal langsam, schnellstmöglich aus... Ähm... Erstmal raus. Okay. 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 Da oben ist die Grenze. Oh, wir müssen hier ans Ende kommen. Höhlenpass. Oh Gott sei Dank. Alter, wie das blendet. Oh nice. Cool. Ist der auf der Karte markiert? Ja, Höhlenpassage ist markiert. Nice. Also. Ich wollte mir diesen einen Felsen da drinnen noch angucken, was das ist. Und ich sollte mir definitiv, glaube ich mal, oh. Ach, das ist nur hier. Zum Auffüllen der Miasmasleiste. Was bist du? Oh, wow. Oh, sorry. Ich wollte dich nicht töten. Kann das einfach nur, ähm, Veselium sein? Leuchtbewuchs. Nice. Nice. Ich weiß nicht. Ich bin THEY, ich kann und ich ihr werfen. Scheiße. Ich würde mich nicht mehr so, dass ich rechts schreien. Ich würde mich, wenn ich das nicht verholen. Leuchtbewuchs Ausrüstbares Terrainmaterial Er leuchtet in der Dunkelheit Eine blaunische Lichtquelle Die häufig in und um Höhlen Zu finden ist Nice und damit kann man Wände bauen Interessant Also gestern habe ich festgestellt Ich sollte Wie ist das gleich noch Ich habe ja hier auf der Karte Diese Schreine Dahin kann ich nicht reisen Ich kann nur zu denen hier reisen Und mit der Wie heißt das gleich noch Mit der Mit den Altaren Kann ich Mir so gesehen Stützpunkte bauen Wohin ich reisen kann Das Problem ist natürlich einfach nur Ich kann Vier Stück bauen Vier aktive Tempel Bis jetzt Ich weiß auch noch nicht überhaupt mehr Aber wenn ich die nicht Gut einsetze Sondern einfach irgendwo im Nirgendwo Dann habe ich Laufwege Wie jetzt zum Beispiel Weil ich war ja schon hier oben Und hätte mir Hier eigentlich mal Ein Tempel setzen sollen Dass ich die Wege Relativ einfach ablaufen kann Aber Habe ich natürlich nicht getan Stufe 7 Okay 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 So Wir wollen Wollen wir erst hier hin Oder wollen wir hier hin Was ist das denn hier Standort der Handspindel Werkbank Ach Leuchtblock Der sieht strange aus Okay Wollen wir die hier aktiv schalten Okay Dann laufen wir hier auch hoch So Ich will einmal eben gucken Wie der Verbrauch aussieht Vier Gigabyte sind jetzt weg So und wie lange zeichne ich hier schon auf 17 Minuten Ähm Rechner Äh Sieb Ne Vier durch So Vier durch 17 0,23 MB pro Minute Also 200 MB pro Minute mal Sagen wir 60 Sind 14 Gig in der Stunde Mal 8 112 Gig Bei 8 Stunden Aufnahme Uff Und ich hab die Falsche Ausgabedatei ausgewählt Also Die falsche Festplatte für Aufnahmen Muss ich vielleicht mal beim Nächsten Stream Anpassen Ist ja aber aktuell auch nur zum Testen 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 GPU 3D, Video Encoding, 50% Das hält sich ja sogar an Grenzen. Interessant. So und das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Dann würde ich sagen bauen wir hier unseren Werk, Altar, Rucksack und den hier eben hin und reisen zum Schlafen nach Hause. Ey wieso kann ich nicht weiter runter? Ah ok. Oh. Oh. Hey. Wieder zurück. Dann kann ich die Quester machen und den Ding ins Kirchen. So, was sollen wir denn hier haben? Wir sollen hier einmal Westcode haben und... Martas Tagebuch Eintrag 2 Ich erwachte durch den Geruch von frisch geflossenem Blut. Ich schaute aus meinen Fenstern. Das war jetzt nicht geplant. Das hat ja mal richtig geklappt. Holy. So, wollen wir jetzt nochmal uns den Text durchlesen? Alter Schwede. Ich schaute aus meinem Fenster. Wo irgendein Raubtier anscheinend 2 Feenwild gerissen hatte. Mühelos, aber sicher nicht schmerzlos. Zuerst schrie ich vor Schreck auf, aber dann wurde es mir klar. Ich schaute aus meinem Fenster. Ich schaute aus meinem Fenster. Eine Bestie wie sie gehört auf jeden Fall in die Wildnis. Ich glaube sie meint die Jägerin. Westcode. Und hier oben ist... Verlassenes Jägerin Lager. Okay. 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 Nice. Was ist das? Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Oh, Stufe 9. Okay. Nice. Ach, da war ich schon drin. Stufe 6. Super. Fähigkeitspunkt. Okay. Ich will hier mal gucken gehen. Kann ich hier Leuchtpilze farmen oder was? Dachte ich, ich krieg doch nicht mit Ziel, Junge. Ups. Ah, hier um die Kurve. Okay. Oh, Wölfe. Und ein paar mehr Wölfe. Okay. Nice. Okay. 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 Refugium der Flamme. Und einen Funk gesammelt. So, jetzt gucken wir mal nach dem Lager der Jägerin. Oh, das ist... Oh, Gott. Oh. Die Fäulnis zurücklassen. Endlich frische Luft. Nicht mehr schwer vom Duft der Pollen oder der süßen Verwesung. Mir ist ganz schwindelig. Ich habe seit Tagen nicht mehr geschlafen. Nicht seitdem ich meine Spindeln im Düsterdickig auf diesen Klippen verloren habe. So weit weg, aber ich kann nicht zurückkehren. Ich muss fliehen. Etwas Unheimliches liegt in diesem dickig begraben. Es breitet sich wie Wurzeln im Unterholz aus. Es umwickelt und verstrickt, erdrückt und erstickt. Es schimmert in der Dunkelheit zwischen den Ästen unter der Haut. Und... Oh, interessant. Okay, also hat sich die Quest geupdatet. Oh, mein Gott. Okay. 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 Ich glaube, ich sollte mal meine Waffe reparieren. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hier ist eine Mine Kann sich da irgendwas öffnen Oder ist das jetzt einfach nur... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Eine kleine Mine, aber nichts richtiges Wo ist denn die nächste Quest der Zauberin? Ah Düsterdickich Höhleneingang Okay, da oben Dann reisen wir hier rüber Alter 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 Oh krass, ich habe 40 Minuten und... Oh krass, ich habe 40 Minuten. 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 Oh krass. Oh krass, ich habe 40 Minuten. 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 Okay, ich brauche mal eine Stärke. Ja, genau, Stufe 15. Okay, kann ich irgendwie fliehen? Vielleicht sollte ich hier noch nicht hin mit Stufe 6. Leiter, ich möchte die Vögel, ich mochte die Vögel schon immer, wie sie mühelos im Wind fliegen, den Horizont in diesen schwierigen Zeiten umarmen, zu entdecken, was immer man sucht, frei von allen Verderben, das sich am Boden ausbreitet, welche wundersame Reise. Könnte die Menschheit den Himmel vielleicht erobern? Ich werde einen Gleiter bauen, von hier aus zu den Hügeln reisen. Irgendwie werde ich nach... Irgendwie werde ich... Irgendwie werde ich schon unter den Blauherrn landen. Okay, wir sollten hier wegreisen. Yo sondern to die Fliege. Das war's für heute. Moin Ja, da kann ich auch nicht meckern Also Ähm Schenknugels sind immer geil Schenknugels Schenknugels Oh, das war klar. Oh, das war klar. Okay, hi. Okay, dann viel Spaß hier bei was auch immer. Joa, ich denke mal, ich bin bis 21 Uhr da. Oh, das war. Bis nachher. Oh Gott. 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 Was ist das? 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 Oh, ich ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ich ist das? Was 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 ist das? So, so kann ich das? Was ist 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 das? Moin? Was ist das? Ja? Was ist das? Was ist das? ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? ? Was ist das? ist das? ? So, ich brauche? Was ist das? Kohle? Holz, okay? Okay. und... 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 ... 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 Vorher habe ich einfach immer nur eine Kopie von YouTube, äh, von Steam gezogen und ich weiß nicht, ob mein PC das mit... Ja, das glaube ich auch. Ähm, also was ich, äh, machen wollte, ist, äh, zumindest erstmal irgendwie vernünftige Sachen als nur Holz oder nur Stein, sondern vielleicht hier sowas wie Fachwerk und, und, und. Ähm, ja. Oh, Eis. Zu Ehre der Erde, dem Eis, dem Erbe. Blick nach links, gedenkt dem Ältesten, so wage er zu reisen, reißen und richten, der Schnabel des Adlers durch Bohre, Wolken und Himmel. Erhöht keine Bitte den Schnee, drängt das Blut der eigenen Sippe. Der Weg nach rechts führt zum Jüngsten, einst Tochter der Lieder, trägt alles Leid, legt die Axt nieder, mehr nieder, führt Gefolgschaft bedrückt durch Ebbe und Flut, erleuchtet durch Mut selbst das Herz der Brut. Der Hauptraum gedenkt Mutter und mittlerem Sohn. Finde beide Verstecke, dann gebührt er der Lohn. Davon mache ich ein Foto. So, weil ich vermute, man blickt nach links, gedenkt dem Ältesten, dass man da irgendwie beten muss. Warst du schon in diesem Tempel? Tempel? Okay, wohl, ich hab mir einen Screenshot gemacht. Äh, also, ich hab fast eines Wortes einen Screenshot gemacht, ich hab den Bildschirm abfotografiert. Äh, das ist dasselbe nochmal. Oh. Okay. Das ist wirklich doof. Das wär nice, wenn das dann drinne wäre. Okay. Oops. Oops. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Oh... Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Das ist das. Was ist das? 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 Das ist das Wayne Report. Oh summer how cool. Das war's. Was ist das? Oh, immer von der falschen Seite gekommen. Oh Mann, wie bescheuert. Oh Mann, wie bescheuert. Oh Mann, wie bescheuert. Oh Mann, wie bescheuert. Was ist das nicht auf? Oh Mann, wie bescheuert. Oh. Und was war deine Lösung? Durch die Wand? Oh Mann, wie bescheuert. 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 Okay. So, dann starten wir einfach mal das Spiel neu. So, dann starten wir einfach mal das Spiel. So, dann starten wir einfach mal das Spiel neu. So, dann starten wir einfach mal das Spiel. 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 Okay, auf Deutsch, ich muss jetzt... So, dann starten wir einfach mal. So, dann starten wir einfach mal die Stauber. So, dann starten wir einfach mal das Spiel. Okay. Achtung! Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh... Was ist das? 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 Oh, shit, oh, shit, oh, 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 oh oh... Das war's für heute. Nice. Also da bin ich auch noch gespannt drauf, was es alles gibt. Ach du Scheiße. Hast du schon den Öhrlichtwürm getötet? Das war's für heute. Okay, ja, interessant. Also ich bin mal gespannt, was wirklich das Maximallevel ist. Das war's für heute. Okay. 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 Woah. Oh, hier ist Sides. Ja, aber die Luftabwehr ist zu Fuß unterwegs. Ähm, hast du schon andere Rüstungen gefunden? Also, was für ein Kampf ist, ich habe jetzt nur die, die Alchemisten und Zauberer Rüstung, äh, oder Wildläufer Rüstung, Speer Rüstung gesehen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, okay. Ah, okay. Das wird interessant. Ich denke mal, die nächste Stufe ist irgendwas mit Stahl oder so. Ja, okay. Ich denke mal. Ich denke mal. Ich denke mal, ich denke mal. Warum denn 10.000 Steine? Oder einfach, weil du so viel bauen willst. Ah, ja. Kann ich verstehen. Das fehlt mir noch ein bisschen, dass ich noch nicht so viel unterschiedliche Bausteine habe. Sondern halt wirklich nur Stein. Ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal. Okay. Dafür braucht man wahrscheinlich neue Möglichkeiten, irgendwie Steine zu bearbeiten oder sowas. Ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal. Ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal. 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 Ok, dann fehlt mir halt noch ein Material. Das war's für mich. Okay. Ja, auf jeden Fall, deswegen habe ich auch Ausdauer zum Teil erhöht, aber hat der, wie heißt der gleich noch? Oh. Äh, jetzt wurde ich abgelenkt, so. Hat der hier nichts? Schade. Also, Wasser gibt einem Ausdauerregeneration. Ja, aber Wasser kannst du ja einfach beim Brunnen zum Beispiel holen, direkt im Anfangsgebiet. Und, äh, das kannst du ja so oft holen, wie du willst. Vielleicht hilft das hier. Ja. Ah, okay. Ja. 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 Ja, das geht. Ja. Da. Ja. 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 Ja, ich nehme immer hier das gebräite, gebratene Fleisch mit. Kenne ich irgendwo her. Oh. Oh. Ja, das ist richtig schlimm. Ähm, das Problem habe ich auch. Oh. Oh. Das war's für heute. 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 Okay. Das ist ein wenig entspannter, als im Dunkeln zu buddeln. Aber wenn ich mir überlege, wie lange das hier dauert, so einen blöden Stein wegzumachen... Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Ich wünschte, 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 ich könnte näher herankommen, um einen besseren Blick zu erhaschen, aber das wäre wohl mein Ende. Ich weiß nicht, ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte, wenn der nicht bid辦. dieser Steinsäule, die sie verehren. Wenn jemand verrückt genug sein sollte, gegen einen dieser Gladiatoren anzutreten, empfehle ich selbst, einen dieser Stoßzahn-Buffs auszuprobieren. Okay. Okay. Wow. Okay. Okay. Nice. Oh. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das dieser Drache? Ist das dieser Drache? Ist das dieser Drache? Hast du den gebreedet oder einfach gefangen? Oh. Okay, mit welchen hast du das gemacht? Oh. 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 Das war's für heute. Ah, cool. 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 Ah. Ah, cool. Oh, my goodness. Ah, cool. Ah, cool. Ah, cool. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Voxel System da auch reinpasst. Das war's für heute. Das war's für heute. Dieses Element hier könnten sechs Wandelemente sein. Und die verbinden sich dann Astrein so, dass du, wenn du den Hammer nicht in der Hand hast, siehst du gar nicht, was das ist. Also das finde ich mega genial. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, die habe ich noch nicht ausprobiert, die Baugäuste. Das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. 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 Das war's für heute, kurz vor nerven. Das war's für heute, reforms nach Oh 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh. 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 Ah. Auf das die Flammengeborenen Schutz bieten. Und vorher gesehen, die Menschheit ist vergänglich. Nichts als ein kurzer Moment ein längst getätigter Atemzug einblinzeln. Und dennoch trotz ihrer Stärklichkeit haben sie Feuer erschaffen. Eine eigene Flamme, die dem bevorstehenden Sonnenaufgang entgegen leuchtet. Okay. Okay. Damit hätte ich ja wahrscheinlich relativ easy meine Sachen hier gerade retten können. Okay. 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 Oh. Haha. Verdammt. Ich glaube, ich starte nochmal das Spiel neu. Oder gibt es hier... Oh. 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 Die haben das Forum deaktiviert. aktiviert und Oh. Ich hab die ganze Zeit die Musik im Hintergrund laufen. Oh. 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 Okay. 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 W-ja.. Warum nicht, ne? Ähm.. Will ich bestimmt auch mal ausprobieren. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Gute an dem Ganzen ist ja, wenn du runterfällst, erhältst, dann bleibt glaube ich der Grabstein hier oben dann liegen. Dann vermutsche ich. Das war's für heute. Ja, das war schon die ganze Zeit so. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, bin ich auch heilfroh drum. Und dass es hier anscheinend keine Gewichtsbegrenzung, sondern nur eine Platzbegrenzung gibt, das ist auch sehr hilfreich. Ja, bin ich auch heilfroh. 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 Okay. So, ich würde mal eine kurze Pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich denke mal, ich brauche so 5-10 Minuten. Dann bauen wir hier weiter. Ich wollte hier meinen ersten Workshop machen. Mal gucken, wie ich den umsetzen kann. Ich habe da zwar ein paar Ideen, aber... Ja, mal gucken. Also, bis gleich. Ich habe mir mal Pommes angestellt. Also, wenn mein Handy gleich klingelt, nicht wundern. Dann muss ich einmal die Pommes schütteln und dann... Oh, nein. So. So. Musik So So Also hier der Shop Dann kommt es noch Okay ich muss Biermaß mal Holz holen Geterdes Holz Ja ich muss Ja maß mal auch Woops Ja ich muss 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 Ah, okay. Man muss wirklich die Blöcke bei sich tragen. Oh. So. Ich hol mal eben. Äh, schüttel mal die Brüder. Ich hol mal eben. 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 Ich hol mal. Ich hol mal eben. 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 Ich hol mal. Ich hol mal. Ich hol mal eben. 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 Ich hol mal. Ich hol mal eben. 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 Ich hol mal. 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 Ich hol mal eben. 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 Ich hol mal. Ich hol mal eben. Ich hol mal. Ich hol mal. Ich hol mal eben. Ich hol mal. Ich hol mal. Ich hol mal. Ich hol mal eben. Ich hol mal. 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 Hey. Ich hol mal. 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 Oh, Bronze Schwert. Stufe 9, Stufe 12. Aber das ist ein Level besser. Also, ich weiß nicht, hast du das hier schon gemacht? Die Truhe von Oswald? Ja, habe ich mir gedacht. Hä? Oh, jetzt bin ich hier raus. Ich wollte doch da... Und wieder zurück. Ah, okay. Vielleicht ist das genau das, was du brauchst, damit du... ...mit Kopfvererz weitermachen kannst. Weil, ich finde das genial. Ähm... ...die nächste Freischaltung ist halt hier die Schmelze. Das kann ich mir halt vorstellen mit dem, ähm... Wie heißt er gleich noch? Mit dem Kupfererz. Was mich aber mehr interessiert, ist die Tischsäge. Was man da freigeschaltet bekommt. Oh, oh... Ah, ich werde mich auchした. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ah. 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 Und ah. 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 Oh, Erdbeeren. Ich sollte doch Erdbeeren holen. Geil. Hast du eigentlich irgendwo... Ah, okay. Ähm, hast du irgendwo Leben eigentlich gefunden? Ähm. Entschuldige die Frage. Ich habe gerade Leben gefunden. Ich wollte wissen, wo man Leben findet. Ist das kacke. Ja, man muss sich nur beschweren und schon funktioniert das, ne? Ah, nice. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du kriegst hier viel schneller Stein abgebaut, wenn du in Leben reinhaust. Oh, nice. Schade, dass man die hier nicht umbenennen kann. Unser Stern im Dunkeln blendet zuletzt. Blendet zuletzt. Primitives Lebenselixier existiert, verdünnt und alchemistisch bearbeitet. Verwandelt, verklärt, geschmolzen und neugeboren. umfassende Machtideen, die die Körper der Jüngsten im Gluteil erfüllt, sie verdirbt. Wir haben Versag geblendet von unserem Gleichmut. Wir sollten unseren Blick wieder gehen, Himmel richten, denn dieser leere Kern kann nicht mehr gerettet werden. Okay. Jetzt kriege ich hier nur Tier. Oh, Flax. Oh, hier kann man ja easy Pflanzenfasern sammeln. Nice. Was ist das hier für ein Baum? Kacke. Ah, Glück gehabt. Okay. Okay. Ich will mal gucken, was es für Ressourcen gibt. So. Ba, 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 ba. Was steht, Oh, frappe hier. Okay. Irgendwann. יh. Irgendwann. ému. Oh, Steinziegeldach. Oh, gebrannte Ziegel. Die kriegt man also dann aus dem Brennofen. Okay. Ah, die Süße erinnert mich an das botanische Paradies, das ich vor der Dürre mein Zuhause nannte. Wir kamen gerade so über die Runden, während andere Städte angeblich mit Überfluss lebten. Irrwurzburg zum Beispiel war für seinen reinen Reichtum bekannt. Selbst ihre Müllheide ging von Vorschätzen über. Schade, dass die Dorfbewohner ein bisschen verrückt geworden sind. Sie haben tollen Erdbeerwein produziert. Erdbeerwein. Erde und Kno... So, das will ich doch gleich mal als nächstes. Brennofen. Oh, ich brauche Stein. Kacke. Bei denen wollte ich jetzt auch mal bauen. Weil hier unten wollte ich meine Werkstatt reinsetzen. Ber�um. Eines. So, ich werde. Ich hab doch hier ein paar Fähigkeitspunkte. Gibt es nicht auch irgendwas Richtung Zauberer Gauner? Weidläufer Bessimaster überleben. Oh ja. Hast du auch Konditionen geskillt? Also irgendwie skille ich aktuell nur auf Sachen, die fürs Bauen helfen. Und halt Stärke, damit ich mehr Schaden reindrücke. Aber sonst irgendwie alles gefühlt baurelevant. So. Brennofen. Feuerstelle. Oh geil. Bronzebarren. Hier brauche ich nur gebrannte Ziegel. Aber der sieht ja immer geil aus. Ah, okay. Ich glaub, den hier will ich als nächstes bauen. Kann ich den hier wegsetzen? Äh. Brennofen. Holzschalter und Lehmklump. Wollen wir die alle mal einfach mal... Lehm. Holzschalter. So, was mir noch fehlt, ist, dass du... Ähm. Ich sag jetzt mal Rechtsklick sagen kannst. Und dann sagen kannst, okay, ich will nur 35 davon haben. Und nicht, äh, 235. Weil, ähm... Ja, ich nur die Hälfte. Oder ich muss da die ganze Zeit reinklickern, bis ich da ein bisschen was bekomme. Oder hast... Hast du da eine Option für gefunden? Don't waste your... ...dreizehn. Oh, nice. Und, äh, was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass du die hier umbenennen kannst. Was gibt's da? Was gibt's da? Steuerung. Tastaturmaus mit EGB. Wiederkehren halten. Abbruch-Tutorial. Null. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Gegenstand werfen. Bau. Nee, gibt's nix. Nee, äh, so großartig stören tut's auch nicht. Das ist einfach nur so... Wäre nice. Also, wäre nice ist auch einfach, äh, das hier, ähm... Ich glaube, bei der Größe an Karten, ne? Die du hier haben kannst. Und ich weiß nicht, wie viele Markierungen du setzen kannst. Wäre es nice, wenn du deine Marker benennen kannst. Dass du es irgendwie umbesetzen kannst. Umbenennen kannst. Naja, aber... Ähm... Dafür ist es Early Access. Und ich glaube, die haben jetzt erstmal auf andere Sachen ihren Fokus gesetzt. Als auf, ähm... Wie ändere ich die Markernamen? Ich glaube aber auch, dass das jetzt nicht so das Komplizierteste ist. Nein, ich glaube, das ist halt sehr wichtig. Ik gucke Gott. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Einfach nur reingequetscht oder sieht das ordentlich aus? Einfach nur reingequetscht. Warum ist die Musik so dramatisch? Ja, okay, habe ich ja jetzt eben gerade auch gemacht und will das jetzt. Ich habe geplant, dass der Schmied über die Werkstatt kommt und nebenan der Schreiner mit, dass das so aussieht, als ob die dann Verkaufstresen haben. Und die Jägerin wollte ich ein bisschen außerhalb positionieren in der Holzhütte, aber dafür gibt es noch keine schönen Holzblöcke. Ja, und die Bäuerin wollte ich angeschlossen an die Häuser setzen mit einer schönen Grünfläche außenrum. Und da man hier die Möglichkeit hat, war eine andere Idee dann noch, ähm... Die Jägerin zum Beispiel über einen Geheimgang zu verbinden, der unterirdisch läuft oder so. Mal gucken. Aber leider startet am Freitag ein anderes Projekt. Aber du kannst... Oh, das ist fast kaputt. Das passt dann ja. Ähm, kannst du nicht hier... Ich habe ja eben gerade die... Ah, wie heißt der gleich noch? Den Erdkram kannst du ja irgendwo einfach anpflanzen, oder? Du baust ein Untergrundlabor. Also, man hat ja die Erde bekommen. Ja, das passt. So... Handwilk? Ne, äh... Tagebuch. Und zwar... Schreiner. Geschirr. Oh, schön. Ähm... Was ich eigentlich hier... Äh... Du hast ja diese Saatbeeten. Und, ähm... Die könnte man ja nehmen. Dann baust du da unter... Unterirdisch einfach eine Halle mit, äh... Oh. Wie hybiere ich nochmal? Gebrannte Ziegel. Wie sieht denn der aus? Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh. Okay, und dann... Pflanzt du das dann einfach hier ein? Okay. Okay, Busch. Okay. Okay, und dann brauchst du die, äh, musst du dann den Farmboden nehmen? Komm, testen wir das doch mal mit den Erdbeeren aus. Was brauch ich denn für Erdbeeren? Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren. Ein Erdbeer am Wasser. Und? Erdbeeren. 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 Oh. Oh. Okay, der ist jetzt ein tiefer. Jo, willkommen zurück. Aber das dauert auch echt lange. Oh, ich brauch nur einen. Oh. 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 Hä? So. Wieso leuchtet das jetzt hier auf einmal? Ja. Zum Teil ja, auf jeden Fall. Ähm. Wenn du... ...Fundamentblöcke und keine... Wie heißt das gleich noch? Äh... Keinen einfachen Boden setzt, dann kriegst du Löcher. Ja, und so kannst du relativ einfach und schnell den Keller in Enshrowded basteln. Ähm. Jetzt will ich was ausprobieren. Loll. Äh. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, irgendwie hab ich Lust. Da können wir jetzt mal gucken, was wir da an Schaden schaffen. Das war's für heute. Hey, nicht in die Richtung. Oh Gott! What? Elfa. Oh Gott! Oh Gott! Oh, Turm. Phönix, sieht dein Turm genauso aus. Was ich ein bisschen schade finde ist... Ähm... Ne, du bist Flix. Außer du hast eine gespaltene Persönlichkeit, die auch Phönix heißt. Und dann spreche ich mit Finsternis. Was mir ein bisschen bis jetzt fehlt, ist auch so abgeranzte Blöcke. Also sowas mit Efeu-Moos oder so. Also... Also bist du Legion oder was? Oh Gott! Oh! Was hast du gemacht? Oh geil! Und äh... Glückwunsch Flix zu deiner multiplen Persönlichkeitsstörung. Äh... Hi! Danke für den Raid! Äh... Den... Skazum? Hi! Wir spielen grad ne Runde Entschrouded. Und... Du meinst die Hake? Also die kann ich in der... Zu Boden ebnen? Also ich hab auch die verbesserte Variante. Äh... War die nicht einfach, ähm... An der Werkbank zu bauen? Ähm... Hast du mal geguckt, ob du bei der Hake... Einfach hier wie im Baugerüst hin und her switchen kannst? Oh... Aber mit der... Schrotthake kannst du das doch auch, oder nicht? Ich dachte, da wäre nur der Umkreis größer. Niemals genug! Mein Geist ist gebrochen! Kann ich es die Menschen wirklich verübeln, dass sie sich in ihrer Verzweiflung von meinem Trinken abwenden? Die meisten meiner Besucher dieser Tage sind Ratten und andere Plagegeister. Bis jetzt habe ich sie nicht als gute Gesellen im Labor erwiesen. Es muss eine bess... Äh... Es muss einen besseren Weg geben gegen das Miasma anzukämpfen. Es zu überwinden. Vielleicht sollte ich meine Bemühungen noch einmal überdenken. Oh nein! Aber ich habe einfach ihm die normale gegeben und dann konnte ich die basteln. Oder hast du die aus Versehen zerstört? Gebet der Flamme Schriftrolle. Oh, das gibt... Ach, du hast die normale nie gebaut! Oh, Kacke! Kettenblitzen, nice! Äh... What can you do? Äh... So... Die einzige Idee, die mir einfällt, ist, du... Äh... Also ich... Meine Vermutung ist, das einzige, was du jetzt machen kannst, ist, du... Fragst einen Kollegen, ob er dir die... Ob er... Oder du machst einen neuen Charakter, gehst in... In eine Singleplayer-Welt, baust die Hake, wechselst zurück und... Äh... Ja... Lässt sie dann droppen. Äh... Äh... Okay, Flix... Haha... Ah... Das war keine gute Idee. Vielleicht ver... Verursacht dieses ungewöhnliche Implementierung meines Schalters mehr Probleme als erwartet. Ich dachte, die Tür zu meinem Labor auf diese Weise zu verriegeln, wäre praktisch. Meine Rückenschmerzen sagen mir etwas anderes. Ich habe Ruß am Mantel und meine Wirbelsäule schmerzt. Das war eine meiner schlechteren Idee. Äh... Müssen wir... Oh Gott, ich habe schlimme Ideen. Gucken wir uns hier erstmal um. Ein Morgenstern... Hatte der Schaden 31? Hm... Ich habe gemerkt, dass sie Helden über den Spanien sehen können. Ungemelung ist immer noch ein Millionen Aufruf aus. Ah... Ich habe das Gefühl, dass er nur eine eigene Flix TD ist. Dass er die Flix DM hat. Ich habe wieder sein. Ig rollers... Ich habe nicht Fusion. Also, allein auf die Flix Fakten zu helfen. Chm! Ja, dann kommt die Flix gegen den Spanien. Oh Gott, ich habe einen guten Halt, da. weil die Flix zu spüren. Ich werde das dann um. Der Mörser. Nice. Der Mörser. Der Mörser. So, das ist der nächste Dunswind. Der Mörser. Oh, Indigo-Pflanze. Die hatten wir doch auch eben gerade. Okay. 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 Heck. Oh! Dann können wir doch hier mal gleich die Miasma-Wurzel killen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Oh, God. 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 Oh, God.